zurück zu getrost 2 weiter geht's dass eine wegmarke ist da wieder ende hier oben wieder ein paar tage scheinlichen gemein als hier so unter panoramamäßig klingt ja schon mal nach dem plan ich finde man sollte schon ungefähr wissen wo man den weg abgehen möchte wenn es gegen tue ich nicht klar dass wir hin und her heiß ist der blödsinn so haben wir die wegmarke genau das ist ja wieder woanders hin wo geht es überhaupt denn hin danach genau nach schon das passt hier dieses gebiet ist auch alles das ist denn hier die coolen höhen ok immer danach denn hin aber erst bleiben wir unten hier sind noch nicht fertig dort auch noch ein bisschen und schießt ihr so schnell ich kann es kaum mehr unterbuckeln der sehenswürdigkeit ich sehe eine naja kollega ganz ruhig ganz ruhig bleiben wir haben eine sehenswürdigkeit müssen ja ein helden punkt zu mir auch noch irgendwo oben ein heißer gut achte ist er ja wenn keine ahnung ja alle trotz ich bin mächtig ich bin mächtig es war knapp aber geschafft ich habe mich du idiot ne rechts hinein wie die die flanken gut machst du nicht nur einmal ich komme eigentlich wieder ab da können menschlichkeit haben wir helden punkten war was wenn man mehr gehen wir jetzt hierunter richtung panorama gucken ob noch rechts an alle links karte ist doch irgendwas ist in der band nicht nicht so aus noch irgendwas irgendwas muss ja hier sein aber ja wir müssen denken aber es ist als elementare ist nix ab ist nagels ab wir sind tor gefroren ist total helden ausforderung da brauchen wir nicht hin das mache ich eine platte vor dem schnärzt die linke wörter mein gott elgen punkt ist hier sehr interessant da muss ich doch ein halber ich bin jetzt kein schaden mehr machen das habe ich vor allem bei raptes gelernt haben wir auch 5 von 94 deswegen gelaufen sind weiter das ist eine sehenswürdigkeit panorama wunderbar ja hier ist ein panorama gar nicht über hierunter dann da so nebenbei genau genommen ich möchte schon panorama gucken wie wir hinkommen zu sehen ach da oben ist jetzt große fragen wo ist der weg wo ist der weg hier scheinbar nicht oder kommen die stückchen hoch ja doch okay da komme ich jetzt nicht weiter hier ist jetzt wieder hier das schmale dinge haben wir schon gefunden gut wunderbar geklappt und so muss es sein ich habe mich immer wieder wie lange die gebraucht haben und die landschaft so hinzubekommen jetzt ist es nur so lange die bisschen berg ich hier bei hügel das so gedauert hat das ist vielleicht gar nicht so verkehrt und dann und dann und dann zahlrein kurbel nie gefunden und vier oder weit sind klar zu viel sind schon der voll scheiße da ganz oben haben sich ein erst mal verkaufen gehen komplett mehr spezialisierung und habe ich mir verteilt weil sie angefangen aufgenommen habe was ist denn fast wie sie stressen endlich eine kauf warum nicht verkaufen behaupten da auf mich kollege finde es gut das ist spaßenspöre dann hörst man mal ich glaube wir machen es nur bei 70 prozent machen wir die benzin mit so es ist noch einer nur noch 14 prozent so haben auch geliebt und schön 53 ist nicht verkaufen dann wechselt es ausrüstung schwach immer noch kurz verkaufen keine wunderschöne so habe ich schon gesagt dass ich mir immer zeitplätze brauche ich brauche mir immer zeitplätze größere beutel danke 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 doch eben aufmachen und weg alles weg wunderbar verkaufen der künft 50 gold habe ich schon nicht schlecht so ist aber zurück mann 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 habe ich die weg mag es nicht egal müssen wir laufen ein bisschen wir laufen ich würde sagen ich mache es die schlussläuter wir sehen es die nächsten folge von mit was 2 bis dahin schön mit